Hallo ihr Lieben und Lieben und Willkommen zu einer neuen Folge bei Champion Legends und endlich mal, und das wurde auch Zeit, Nebelritter Daifi, Champion Vorstellung. Das letzte Video mit dem RSL Helper war wichtig, aber doch sehr trocken, sehr viel theoretisch. Ich freue mich umso mehr, jetzt einfach mal wieder auf den Champ einzugehen, und zwar Daifi. Habe ich lange angekündigt, wollte ich lange machen, hier kommt der Guide für euch, hoffentlich in der gewohnten Qualität, so wie ihr euch das wünscht. Mensch, schnacken wir nicht lange, ich packe mich wieder ganz schnell hinten in die Ecke, und wir fangen sofort an. Der Nebelritter Daifi. Ich hatte ihn gezogen, das war reiner Zufall, bei normalen Splitter-Event, und dann hatten wir ja vorher, hatten wir ja quasi in der Waldwächter-Fraktion, einmal das Ganze mit Rula und einmal das Ganze mit Nier. Nier war in der Beschwörungsrotation drin, für Void-Charts, und Rula konnte man ziehen, glaube ich, mit Antiken, und dabei habe ich, glaube ich, Daifi gezogen, oder umgekehrt. Oder es war der liebe Duoden. Vollkommen Latte, vollkommen egal. So, der liebe Daifi, also ein Kraftchamp, episch, Angriff, Waldwächter, soviel erstmal dazu. Was macht ihn so besonders? Gehen wir erstmal ganz kurz über seine Stats, also allgemein seine Fähigkeiten rüber. LP, 15.000, ja, ist schon, naja. Angriff, 1,3,76, das passt, würde ich sagen. Defense, völlig egal, kann man ignorieren. Mit 903 ist ja nicht ganz so schlimm aufgestellt. Geschwindigkeit, ja, ich würde ihn mir auch ein bisschen schneller wünschen. Komme ich aber noch dazu, passt aber trotzdem. Crit-Quote, Crit-Damage startet mit 60, äh, mit 60 und Widerstand mit 30. 40 bedeutet, ihr Lieben, erhält, ist halt auch für Schaden gemacht. Die Multiplikatoren, ich werde mal versuchen, die euch einzublenden, sind erst recht nicht ohne. Der haut nämlich ganz schön rein. Kommen wir ganz kurz, was heißt ganz kurz, ganz im Detail und wichtigerweise, über seine Fähigkeiten, seine Skills, auf der A1. Er greift einen Gegner an, bietet eine Chance von 50%, gebuckt sind 60%, allen zufälligen, einen zufälligen Buff vom Ziel zu entfernen und hat zudem eine Chance von 10, gebuckt 20%, diesem Champion einen Zusatzzug zu verleihen. Der Rest, voll in Schaden rein. Die A2 greift alle Gegner an und bietet eine Chance von gebuckt 100%, 4 Runden CD. Für zwei Züge 61% Defense-Verringer zu verleihen, verleiht einen Zusatzzug, wenn diese Fähigkeit alle Gegner 61% Defense-Verringer die Buff verleiht. Bedeutet, geht ihr auf alle rauf, zack, Zusatzzug, nochmal ran. Auch hier wieder, außer die Buff, zweimal Schaden. Dann haben wir die A3 und jetzt wird es noch wilder. Verleiht diesem Champion für drei Züge einen 50% Angriffssteigerer Buff sowie einen 50% Genauigkeitsteigerer Buff. Wir reden hier von drei Zügen auf vier Runden CD und danach einen Zusatzzug. Das heißt, wir haben hier mit den ganzen Zusatzzügen quasi eingebautes Relentless Gear. Muss man mal ganz klippklar und sagen. Und wie gesagt, durch die Damage-Multiplikatoren büttelt er doch ganz schön rein. Natürlich haben wir noch eine Genauigkeit, steigert die Genauigkeit von allen Verbündeten in allen Schlachten um 40. Sehr, sehr cool, wenn man mit dem Spiel anfängt und ihn zieht. Noch keinen 100% Defense-Verringer hat. Schlacht Might, behalten wir im Hinterkopf, guckt euch die Infinity an. Genau. Und natürlich auch noch nicht das Relentless Gear, um so einen Helden wie diesen hier sehr oft rankommen zu lassen. Und ich sag's nochmal, der haut ordentlich rein. Und zwar richtig. So. Kraftheld, Waldwecher, episch, gebuckt. Ja, nein, ich hab ihn voll gebuckt. Würde ich auch an der Stelle empfehlen. Gucken wir doch mal über meinen rüber. Lass uns schnell rüber gehen. Champions. Denn ich hab nämlich ganz, ganz schnell die Masteries sozusagen fertig gemacht. Also, da ist er in voller Pracht. Mein Diffy Nebenrittel. Ähm, Nebenrittel. Der Diffy Nebenrittel. Nebelritter Diffy. Jetzt hab ich's. Was hab ich sozusagen, ich fang an mit den Fertigkeiten. Was hab ich für Fertigkeiten für ihn eingesetzt? Wir gehen mal rein und ich schiebe mich natürlich, weil ich so frech bin, einmal rüber. Na, wirst du wohl. Tom, rüber schweben. Will er nicht. Er schwebt nicht. Er will nicht. Was soll das? Achso, deswegen. Tiet. Rüber geschwebt. So. Also, kommen wir zu den Masteries. Wie hab ich die Masteries ausgewählt? Für mich war wichtig, und es gibt zwei Wege, das Ganze zu machen, dass man sich entscheidet durch seine Zusatzrunden, dass er an großen Endbossen sehr viel Schaden machen kann, da er dann sehr oft, wie bei Relentless, triggert, äh, eine Zusatzrunde generiert und dadurch angreift. Ich hatte am Anfang es einmal getestet mit dem, der die makellosen Hinrichtung und mit dem Schädelhauer und bin jetzt wirklich zurück auf den Kriegsmeister gegangen. Ich habe mit dem Kriegsmeister die besten Erfahrungen und den besten Damage rausgeholt. Das geht aber auch für die Waves, weil er sehr oft auch sein AOE anwendet, dass man halt sich die 25% Defense Verringerer und Crit Damage Verringerer mitnimmt und dann am Boss halt ein bisschen länger braucht. Das kann man variieren. Ich spiele jetzt in dieser Variante. Defense habe ich komplett ignoriert, ähm, kann man aber auch machen, weil wenn man ihn auf genug Genauigkeit baut, aus das zeige ich euch gleich, was für Variante ich benutzt habe. Dann habe ich dann doch schnell diese Variante hier benutzt. Mehr habe ich jetzt noch gar nicht gemacht, na, was werde ich noch mitprobieren? Eine Stahllegende, ich schaue mal, ob das etwas bringt und vielleicht noch den Meister Magier, um die Debuffs auf den Gegnern, das heißt Defense Verringerer zu erhöhen, brauche ich aber nicht. Ich will ja, dass er die Zusatzrunden generiert. Er ist echt, glaubt mir, mit den Zusatzrunden und Geschwindigkeit ist er so schnell. Permanent drauf, permanent Zusatzrunden, ein Traum. Das bedeutet, hier könnt ihr euch frei bewegen, ähm, auch solche Skills wie Magischer Zyklus, äh, Skills Masteries bitte entschuldigt. Machen bei ihm nicht ganz so viel Sinn. Das sind meine Masteries. Gerne auch hier mal, wer ihn benutzt und anders benutzt. Ab in die Kommentare, teils mit der Community. So können wir alle lernen. Uh, neue Wettbewerbsposition 30. So viel dazu. Jetzt wird es viel, 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 viel interessanter. Ähm, ich gehe nochmal ganz kurz auch auf seinen Segen ein, ne. Ich habe jetzt hier einfach mal Geisterhand mitgenommen. Ich wollte einfach Zusatzschaden nochmal generieren und ich möchte dann noch den Angriff nehmen, dass ich nochmal 400 mehr Angriff habe. Na ja, ist halt ein epischer. Was anderes finde ich passt zu ihm nicht. Auch hier gerne in die Kommentare, wenn ihr einen anderen Segen benutzt. Ich habe den jetzt erstmal gewählt und bin damit ganz zufrieden. Jetzt kommen wir aber zu dem Interessantesten. Wie kann man ihn ausrüsten und was passiert dabei mit ihm? Ähm, das ist nämlich das Spannende. Deswegen habe ich es diesmal umgedreht. Normalerweise erst die Ausrüstung, dann die Fertigkeiten, Schrägstrich, Masteries. Ne, ne, diesmal drehen wir es um. So, Nebelrinter, Dive, Kraft, ne. Masteries, alles geklärt. So, ich habe diesen Held in drei Ausrüstungssets gepackt. Was hat mich interessiert? Das erste Ausrüstungsset war ein Wildset. Ich habe versucht von vornherein ihm gleich mit der Mastery, also nochmal die Chance 25%, dem Wildset, dass er 25% der Defense ignoriert. Erstes Wildset. Hat funktioniert, Geschwindigkeit war so um die 170 drum, ne. War alles in Ordnung, hat funktioniert. Ich habe keinen Genauigkeitsbanner mitgenommen, sondern auch nochmal einen Angriffsbanner. Ähm, Schaden zeige ich euch gleich. Habe ich nämlich Screenshots von gemacht. Die zweite Variante, die ich halt benutzt habe, also um ihn auszurüsten, war ein Relentless Gear. Ich wollte es mal übertreiben. Ich wollte mal schauen, was passiert, wenn man einen Helden mit den ganzen Zusatzrunden nochmal in Relentless reinpackt. Ist ja so ein Wischi-Gedanke, wo man sagt, Boah, da hat er nochmal eine Chance, dass er mehr rankommt. Er ging schief. Ich habe mehrere Tests gemacht, 10 Läufe hier, Drache, Feuerritter. Hat nicht funktioniert. Muss ich nur mal so sagen. Es haben nicht genug Zusatzrunden generiert, dass der Schaden irgendwie sich gesteigert hat. Habe ich ihn also wieder ausgezogen. Finale Set ist dieses hier. Ich habe dieses Set auch in zwei Variationen gespielt. Welche Variation hatte ich? Ich habe einmal für einen Geschwindigkeitsschuh einen Angriffsschuh benutzt. Und ich habe einmal, wie gesagt, statt dem Angriff den Geschwindigkeitsschuh benutzt. Das sind die einzigen beiden Unterschiede. Ansonsten immer probiert, in den generellen Stuts, die zeige ich euch mal, die 100% Crit-Quote, 200% Crit-Damage zu erreichen. Und einmal mit Genauigkeitsbanner und Angriffsbanner. Das heißt, einmal bis 5700 Angriff hoch, ohne Genauigkeit. Und einmal lieber mit Genauigkeitsbanner und dafür nur 5200 Angriff. Das kommt darauf an, wo er ihn, äh, 4200 Angriff. Das kommt darauf an, wo er ihn spielt. So. Ihr seht hier, da kommt bei mir noch nicht viel von der großen Halle. Typisches Mid-Game-Gear. Würde ich jetzt mal behaupten. Nicht perfekt. Ansonsten, ganz einfach. Crit-Damage in den Handschuhen. Angriff in der Brust. Dann habe ich versucht, normalerweise, ganz ehrlich, Stats vor Sets. In dem Fall hatte ich Glück. Ich habe hier Geschwindigkeit, Genauigkeit und Crit-Quote Waffe gehabt. Und habe dann schnell nochmal gesagt, ach komm, packen wir ihn mal, weil ich einen Crit-Quoten-Held. Ja, äh, Crit-Schaden. Crit-Schaden-Held mit dreimal Crit-Quote getriggert gehabt habe. Packen wir ihn das auch noch rein. Ich habe ihn so ein bisschen, naja, extrem für meinen, sag ich mal, Status gefittet. Was ist dabei rausgekommen? Ich habe es euch gezeigt. Zeige ich nochmal. Wir haben 34.000 Leben. Völlig in Ordnung. 4200 Angriff. Der geht höher. Alles gut. Wie gesagt, habe jetzt die große Halle nicht und so weiter und so fort. Bin ich entspannt. Und, äh, Defense brauchen wir nicht. 200 Geschwindigkeit. Da reichen auch 295 oder sowas. Die 100%, die 230 treibt es ruhig hoch. Und dann Widerstand und Genauigkeit schon starten mit 230. Hat ja so eine geile Fähigkeit, wo er automatisch Genauigkeitssteigerer verleiht. Das gebe ich euch aber später noch mit. An den Bossen bin ich damit manchmal gescheitert, wenn ich ihn vorher nur bei 120 Genauigkeit gesetzt habe. Für die Waves reicht das aus. Erstens. Kämpft ihr in den Waves nur mit ihm und wollt ihr ihn als Wave Clearer benutzen. Geht auf dieses Set. Ihr könnt hier gerne Geschwindigkeit mit drin lassen. Holt euch einen Angriffsbanner. Die Genauigkeit braucht ihr nicht. Dann landet ihr bei 120 Genauigkeit. Gibt er sich seinen Genauigkeits-Buff. Sitzt der so oder so. Wollt ihr an Bossen Level 25 dann noch, dass der Buff sitzt. Da braucht er ein bisschen mehr Genauigkeit. Wollt ihr ihn dann im Doom Tower spielen, was ja sexy ist. 50% Genauigkeitssteigerer. Hat er dann hier schon mal mit den Startwerten. Wenn er als Held spielt, hat er auch nochmal 40 mit dazu. Hat er mal locker über 400 Genauigkeit. Das ist natürlich sexy. Muss man so sagen, wie es ist. Je nachdem, wo ihr ihn spielt. Den habe ich jetzt ausgerüstet für Wave Clearer. Ich wollte mal gucken, wie ich damit zurechtkomme. Ein bisschen Doom Tower schwer. So ein allgemeiner Divey. Nicht spezialisiert auf eine Aufgabe. Das Coole an ihm jetzt ist, dass ich es auch, wie gesagt, geschafft habe, noch zwei Grausam-Sets mit reinzupacken. Dass er auch nochmal hier 5% ignoriert, der feindlichen Death. Und nochmal der Angriff hochgeht. Und wie gesagt, Crypt-Damage-Set. So habe ich ihn gefittet mit dem Gesamtsatz. Und er haut richtig rein. Er kloppt richtig Damage. Zeige ich euch. Und das erste, was ich euch zeige. In der wunderschönen Dungeon-Welt. Dungeon-Welt bist du. Tom. In der Brutal-Welt. Er läuft natürlich auch die Brutal-Kampagne. Aber ganz ehrlich, warum? Er ist Infinity-Kraft. Dort kämpfen wir gegen Seele. Macht irgendwie nicht ganz so Sinn in dem Moment. Was halt an ihm witzig ist, dass er sehr, sehr oft Zusatzrunden generiert. Und das seht ihr hier schon. Das heißt also, durch die Zusatzrunden braucht er kein Vampir-Set oder sonst irgendwas. Er kloppt dann mit seinen AOE die ganze Zeit die Helden weg. Das kann auch so weit ausarten, dass die anderen gar nicht rankommen. Sondern, dass er permanent hier schon wieder Zusatzrunden generiert. Jetzt hat es gefehlt. Wie beim Relentless Gear. Ich finde es schön, ihm zuzugucken. Wir machen nochmal einen Replay. Ich habe es jetzt 10-12 Mal getestet. Er kam immer durch. Ihr seht hier, so wie er gefiltert hat, auch anfangsmäßig. Kein Problem. Und wie gesagt, die Zusatzrunden. Jetzt hat er Genauigkeitssteigerer. Nochmal Angriffssteigerer drauf. Wieder Angriffssteigerer. Wieder Zusatzrunde. Jetzt kommt gleich der AOE. Ob er da einen weak Hit hat. Also einen schwachen Hit. Ey, völlig egal. Der läuft da durch mit seinen Zusatzrunden. Das erstmal zur Kampagne. Die kann er auch. Kommen wir mal zu den Dungeons. Das ist ja auch ganz interessant. Also, welche Dungeons läuft er heute? Geht das so zack, 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 zack. Brauchen wir ja nicht so hin und her springen. Natürlich, Eiserne Zwillinge. Habe ich ihn noch nicht getestet. Sehe ich auch keinen Anwendungsbereich für ihn in meinem Team, was ich gerade fahre. Die Arkhan Burgfriede kann er alle spielen. Er kloppt da halt durch. Das muss man mal ganz klipp und klar sagen. Ja, was haben wir hier offen? Wir haben einen leeren Burgfried offen. Wir können aber ganz kurz reingehen und übertreiben es einfach mal ein bisschen. Weil ein bisschen spielen muss man. Wir nehmen jetzt mal 35% Angriffssteigerer mit. Wir nehmen uns mal so ein bisschen Stun mit. Und Geschwindigkeit. Helmut. Wo ist mein Helmut? Da ist mein Helmut. Und wir schnappen uns natürlich noch hier ist dann. Wir nehmen mal nichts mit. Und dann nehmen wir ihn noch mit. Damit der liebe Wächter der Gruppe nicht der Einzige ist. Und dann starten wir einfach mal den Lauf. Und dann könnt ihr gleich mal euch angucken, wie er funktioniert mit den ganzen Zusatzrunden und durch seine Geschwindigkeit. Und dann auch noch ein Angriffssteigerer. Und da hätte er ihn jetzt fast komplett rausgenommen. Ja, und das passiert sehr oft, dass er Helden einfach rausnimmt. Also er rusht da einfach durch, greift dann dreimal an und auf einmal liegen zwei von fünf Helden. Das ist faszinierend. Und wir haben hier gleich nochmal einen schönen Vergleich. Ist ein spontaner Run. Da zum Beispiel hat seine A2 getriggert. Zack, Held raus, Held raus. Weil alle Defense Verlingere hatten, kann er halt nochmal angreifen. Es ist echt cool. So, jetzt kommen wir zum Boss. Können wir uns nochmal beobachten. Da ist quasi seine A3. Zusatzzug, Zusatzzug. Habt ihr gesehen? Das waren zweimal. Jetzt muss ich noch lügen. Waren 60k. Das ist jetzt nicht angeschaut. Müssen wir mal schauen. Egal. Zack, Defense Verlingerer. Zusatzrunde. 70k. Es ist echt... Also es macht Spaß, ihm zuzugucken. Ja, er ist squishy gebaut. Zack, und der Boss liegt. Ja, ich möchte das nur mal erwähnen. Wir reden hier von einem epischen Helden. Und wir haben Königlicher Wächter mit in der Runde reingepackt. Und er ist jetzt nicht auf komplettes Crazy Damage gefittet, sondern auch auf Geschwindigkeit. So, dass man in allen Dungeons so rundum mit ihm laufen kann. 800.000 Schaden. Wir haben Visix, Draconia, Helmut und Königlicher Wächter mit. Königlicher Wächter mit seinem starken Hitz 520. Da geht noch mehr. Also der macht... Königlicher Wächter macht dann mehr. Ich will den jetzt nicht auf eine Stufe stellen. Ich wollte euch nur sagen, was Daifi so wirklich anrichten kann, ist sehr, sehr faszinierend. So, also wie gesagt, alle Arkanen kann er fahren. Selbst wenn er in Infinity Team steckt, er ist Kraft. Wenn er jetzt zum Beispiel gegen Seelenburgviel kämpft, nehmt ihn da einfach nicht mit. Top ist er trotzdem. So, Dungeons. Sandteufel, die ersten Level. Ja, na klar, natürlich. Er macht Schaden. Und durch die Zusatzrunden macht er den ziemlich heftig. Ansonsten, Labyrinth des Minotaurus. Ja klar, läuft er auch. Macht er nicht Solo, sage ich gleich mit dazu. Da ist der Pressure zu groß. Aber ihn kann man so als Damage-Dealer zum Wave-Clearen halt mitnehmen. Ein Wave-Clearer, wenn ihr so wollt, in der Rolle. Spinne würde ich ihm nicht empfehlen. Spinne kann man ihm am Anfang benutzen, durch seinen AOE-Schaden, um die Waves, die kleinen Spinnlinge, wegzuhauen. Da funktioniert er in den späteren Levels nicht mehr. Seid ihr am Anfang? Hey klar, könnt ihr ihn auch in Spinne benutzen. Wenn ihr ihn zieht, den könnt ihr auch noch später benutzen. Gerade durch seinen Genauigkeitssteigerer. Top hält. Ice Golem spiele ich ihn persönlich nicht. Auf 20 bis 25. Hat einen ganz, ganz einfachen Grund. Ich mag ihn Ice Golem nicht durch seinen hohen Schaden. Dann löst er immer die Mastery aus. Beim Ice Golem spielt man anders. Das heißt, die bevorzugten Dungeons, neben den Arcane-Sachen, sind Drachennest und Feuerritter. Feuerritter zeige ich euch. Drachennest blende ich danach ein. Weil ich festgestellt habe, wenn ich immer diese Läufe mache, dann dauert es so lange. Die Videostrecken sich manchmal ein bisschen zu lang. Und da reicht eigentlich ein Lauf, um das zu demonstrieren. So. Feuerritter Level Abschnitt 20. Wir sind jetzt durchgekommen. Wir haben es bis 20 geschafft. Wir haben Daifi gezogen. Hier, V6 bekommt man. Ruler habe ich jetzt mal mit eingesetzt. Ein Level 50 Champ. Nur mal, um das zu demonstrieren. Und ein Armiger. Wer kein Armiger auf 60 gebracht hat, hat Raid Shadow Legends nicht gespielt. Muss ich sagen, so wie es ist. Start. Wir starten voll durch. Was ist hier wieder seine Aufgabe? Seine Aufgabe ist Wave Clearing. Das heißt, zack. Überall verliehen. Zack. Da liegt der erste Zusatzrunde. Wieder. Und so weiter. Es ist ein Traum. Also, wenn man... Er hat keinen Relentless Gear an. Und macht 60 bis 80k. Ja. Und das jedes Mal. Es ist wirklich total genial. Ruler, die beiden zusammen. Dann noch mit Schwäche drauf, Defense Verringerer und noch Geschwindigkeitsverringerer. Und das am Clan Boss. Also, es ist echt der Hammer. V6, die kriegt man. Einfach mal verwenden, damit er keinen Druck kriegt. Damit ich die Damage, die er mitnehmen kann. Ich müsste nicht mal Apo mitnehmen. Apo habe ich jetzt genommen wegen dem Viererangriff auf den Fire Knight, auf den Feuerritter. Da könnte ich genauso gut wie der Helmut mitnehmen. Oder einen Grid-Quotensteigerer. Oder was weiß ich. Also, ein Traum. So. Da sind wir jetzt gleich durch. Hier wieder AOE. Alarm Defense Verringerer. Zusatzrunde. Zack. Ach, schade. Nicht getriggert. 50k. Jetzt bringen wir gleich hoffentlich noch Schwäche drauf. Brauchen wir nicht mehr. Und wir sind beim Boss. Nach einer Minute 10. Level 20. Wo viele Leute Probleme haben. Er hat ja auch keinen Mehrfachangriff. Amiga greift zweimal an. Den habe ich übrigens in Grandless. Rula, Amiga und Visex kümmern sich jetzt um das Rundenmeter. Und unser lieber Daifi kann runterkloppen. Jetzt achtet mal drauf auf Amiga, der ein Max-LP-Skill hat. Wir reden ja hier von Level 20. 148. Der schafft auch 200.000 Schaden. Kommt sicher gleich noch Schwäche mit drauf. Gucken wir mal. Rundenmeter ist weg. Amiga greift wieder an. Zugmeter ist weg. Daifi wieder Zusatzrunde, Zusatzrunde, Zusatzrunde. Das ist total genial. Von Rula fehlt jetzt noch Geschwindigkeitsfringer und Schwäche. Manchmal fehlt es halt. Manchmal hat es auch Stand gehalten. Mal gucken. Wieder nicht. Ist aber in dem Moment egal. Dauert der Fight halt ein bisschen länger. Dauert halt dann nicht 2 Minuten 10, sondern 2 Minuten 30. Das ist ein absolut solides Team. Das ist stabil. Das läuft durch. Das macht keine Probleme. Und alle Helden, die ihr seht, sind nicht Endgame-gefittet mit mega starken Items oder so. So, Daifi, jetzt beendet das Ganze. Schade, keine Zusatzrunde generiert. Es ist natürlich total RNG. Es gibt Runden, da greift er permanent 4-5 Mal hintereinander an. Es gibt Runden, da greift er halt nicht an. Jetzt zum Beispiel wieder hat er gefehlt. Da ist der Geschwindigkeitsverringer und der Feuerritter liegt nach 2,42. Ihr seht, 2,10 war mit dem Team hier meine beste Zeit. Ja, das war meine beste Zeit. Jetzt guckt mal auf den Schaden. Geil, oder? Ist wirklich der Hammer. Und ich habe ihn, ich zeige euch gleich die Bilder, wenn wir damit fertig sind und zu dem restlichen Content gekommen sind, zeige ich euch noch den Gear-Vergleich, also gegen Relentless Gear und Wildset. Es ist ein Traum. Es ist wirklich gut, der macht Schaden. Er hat ein wunderbares Kit. Durch die Zusatzrunden braucht man nicht gleich ein Relentless Gear. Hat man am Anfang sowieso nicht. Und hat quasi einen eingebauten Relentless-Shap. Also, ihr seht es, ich bin sehr begeistert von ihm. Gerade punkto Schaden. Ja, und das könnt ihr natürlich auch noch übertreiben, wenn ihr ihn als reinen Wave-Clearer benutzt und dann entweder Helps-Masher mitnehmt, also die 25% noch mal raufhaut, ne? Crypt-Damage noch steigert. Da geht noch mehr. Ja, ich habe bloß das Equipment dafür nicht, ne? Das ist ein solider, normaler, gefitteter Divey. So viel dazu. Jetzt habe ich mir gar nicht die Brust, jetzt war ich so aufgeregt, ich habe mir die Brust nicht angeguckt. Bevor ich euch den letzten Content zeige, gehen wir noch rüber über das, was noch offen ist. Fraktionskriege. Wenn sie dann irgendwann mal aufmachen, ja, na klar, natürlich, also warum auch nicht. Arena habe ich ihn in beiden Content-Situationen nicht benutzt. Benutze ihn weder in der Klassik-Arena noch in der Tag-Team-Arena, aber auch dort, gerne mal in die Kommentare, wenn jemand ihn dort benutzt und sagt, hey klar, diese Zusatzrunde und Defense-Bringerer ist am Anfang bestimmt auch cool. Natürlich, und er haut ja auch rein, ne? Genauso wenig, wie ich ihn am Clam-Boss und an der Hydra benutzt habe. Ich kann mir vorstellen, dass er am Clam-Boss auch funktioniert. Bin aber relativ skeptisch bei 15.000 LP. Auch hier, es gibt einige Helden, die haben weniger. Wir müssten mal reingucken, wenn wir zum Beispiel Fane nehmen oder so. Ja, dass er da so gut funktioniert, man könnte ihn mit einem Gift-Set ausstatten. Würde wahrscheinlich funktionieren, in dem Status bin ich nicht. Auch hier, gebt mal Bescheid, wenn jemand von euch am Clam-Boss spielt. An der Hydra würde ich ihn nicht spielen. Im Turm des Verderbens läuft er natürlich easy-peasy, jetzt bin ich hier leider schon durch, easy-peasy die Dungeons. Gar kein Problem. Egal, ob jetzt einfach sowieso, mit einfach kommt ihr da weiter. Und in schwer, in bestimmten Content, je nachdem, welchen Infinity er spielt, ist er auch super genial vom Schaden her. Und Defense-Bringerer. Gerade durch seinen Genauigkeitssteigerer. Und jetzt kommen wir aber dann bitte jetzt nochmal, und das ist ganz, ganz wichtig, zu den einzelnen Damage-Potentialen, die er hat. So, ihr Lieben, kommen wir mal ganz kurz zu den Drache-Tests. Also, das Erste, was ich gemacht habe, und das blende ich euch jetzt hier ein, ist der Test im Drache-Relentless. Ich habe ihn sozusagen in ein Relentless-Gear gesteckt und habe ihm Drache-Level 20 laufen lassen. Mit diesem Team im Hintergrund. Hier ist der einzige kleine Unterschied zu dem anderen, was ich euch gleich zeige, dass ich Rian mitgenommen habe für eine Schwäche. Tja, jetzt zeige ich euch das ganze Drache nochmal im Wild-Set. Da seht ihr, dass der Damage extrem eingebrochen ist. Die Geschwindigkeit habe ich nicht da gelassen. Das heißt also, ich habe ihn komplett in den Wild-Set gesteckt, bei 170 Geschwindigkeit. Das ist RNG, das weiß ich, aber die Runs sahen alle gleich aus. Wild-Set hat bei mir, bei ihm nicht so viel gebracht. Und den Wert, den ihr dann jetzt seht, der ist sogar noch höher, den hat er erreicht mit dem jetzigen Set. Also, jetzt Feuerritter, äh, Feuerritter-Drache, Stufe 20. Das ist sozusagen, da ist mir sogar ein blauer Splitter entgegengekommen, was ich total cool finde. Das ist jetzt zum Beispiel dann in dem Setup, was ihr jetzt gerade im Video gesehen habt. Und ich habe nochmal einen Drache 25 Lauf gemacht im Relentless-Gear. Da war er bei 1,8 Millionen Schaden. Das ist natürlich Wahnsinn. Aber er ist permanent am Drache 25 dann hintenrum gestorben. Im Endeffekt hat es dann Rasiel und Dur erledigt. Ist in dem Moment halt nicht Sinn der Sache. So, kommen wir mal zum Feuerritter. Den habt ihr, den Test habt ihr gesehen. Einmal wieder das Relentless-Gear. Ja, ihr seht, 2 Millionen Schaden im Relentless-Gear. 2 Minuten 20. Hat sich jetzt nicht viel geändert. Das war immer wieder um denselben Wert rum. Dann einmal das Wild-Set. Auch nützigerweise 2,2 Millionen Schaden. Die Geschwindigkeit ist genau die gleiche. Und dann haben wir einmal im Speed-Set. Das ist das, was ihr jetzt seht. Und in dem Speed-Set hat er auch 2, 2,5 Millionen Schaden. Ihr habt ja gerade einen Lauf von mir gesehen. Und wir waren wesentlich schneller gewesen. Was ich auch schön finde, durch die Boots kommt er wieder öfter ran. Manchmal triggert die RNG so, dass er wirklich permanent die Waves cleart. Also er greift jedes Mal wieder an. Jedes Mal 60, 70, 80k. Hier in dem Bereich habe ich nicht mal eine allgemeine Schwäche mit, sondern nur ihn als Defense-Verringerer. Absolut geil. So ihr Lieben, dann hole ich Divey jetzt nochmal her, weil so gehört sich das in den Index rein. Und ich freue mich. Ich hoffe, ich konnte euch Divey diesmal etwas kürzer als das letzte Video oder die letzten Videos einmal vorstellen. mit genug Content. Wenn ihr einen Helden sucht, muss man mal ganz klipp und klar sagen, oder ihn hier am Anfang zieht. Ihr seht es auch an den Bewertungen. Das seht ihr jetzt natürlich wieder nicht. Ihr seht es auch an den Bewertungen, wenn ihr einen Abbrechen, wenn ihr einen Champion zieht, wie Divey. Und ihr seht es an den Bewertungen, top. Den könnt ihr benutzen, bis auch noch wahrscheinlich nicht Endgame. Da werden die Pro-Spieler sagen, Tom, was erzählt es denn da wieder? Ich bin free to play. Ich werde ihn garantiert auch im Endgame benutzen, weil ich ihn wirklich gut finde mit seinem Kit. Das ist einfach rund. Es passt einfach. Er sieht wie nüscht aus. Ist relativ unscheinbar. Oh, am Dämonenlord scheint er wohl auch gut zu sein. Bei 121 Bewertung. Also top. Die Watte quillt. Auch gerade für Early-Gamer und Mid-Gamer. So wie mich. Ich bin ein Mid-Gamer, würde ich sagen. In diesem Sinne danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe wie immer, ihr konntet aus dem Video ein bisschen was mitnehmen. Und lasst Divey nicht in der Vault rumlaufen. Habt ihr natürlich einen Champ, der das gleiche kann. Und ich meine nicht die Zusatzrunden. Also Defense-Verringerer und sehr viel Schaden. Braucht ihr ihn natürlich jetzt nicht. Im Kraftbereich. Wer zum Beispiel, sag ich immer, Mertai ja bitte entschuldige, Schlachtmaid mit ausgebildet hat. Der weiß ja, was ein geiler Defense-Verringerer ist. Und das nicht mal, muss man so klipp und klar sagen, als epischer. Sondern wo bist du, meine liebe Schlachtmaid, da ist er. Und das ganz als seltener Chat. Also auf jeden Fall top. Aber wir reden ja jetzt hier über Divey. Und ich bin heilfroh. Einer meiner Top-Helden. Ich muss mal wieder eine Liste machen und updaten. Wo ich sage, der lohnt sich für jeden. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ab in die Kommentare, wenn euch was aufgefallen ist. Oder wenn ihr Fragen habt. Und ansonsten. Spielt fair. Spielt fein. Haut rein.